19 Uhr 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 22 Uhr Wechsel beim FC St. Gallen aus dem Spiel Sandra Ecker mit der Nummer 22 Neuem Spiel mit der Nummer 19 Valeria Iseli Weisst du jetzt wie es geht? Du machst es sehr gut! Du kannst hier eingehen Nein, ich arbeite schon! Du musst nur diese so rausziehen Ja Ja 22 Uhr 22 Uhr 22 Uhr Das stimmt etwas im System nicht Also 19 Uhr Hahaha 22 Uhr ist gar nicht Sonderoption Du das ist richtig schön dass ich das auf Video habe Ja, sag auch 22 Uhr ist gar nicht drin Ist egal Ist egal, hauptsache Cintia spielt Hauptsache Da ist ja Ja Ist dasセlimat Doch Nein 22 Uhr ist ja nicht 22 Uhr hab ich ja geboren Darfst du es ja 22 Uhr ist gar nicht nicht Die Saison Mit einem 9-Jagen-Ammelchen ist es schon aus. Einfach zwölflich. Also die Genovese ist noch drin. Du schaust ja auch, wie der Zürcher ist. Die Cinzia ist auch noch drin. Cinzia, ja. Ecker ist raus, ja. 19, 4, 24. Also 24. 22 ist raus und 10 ist da noch drin. 24 ist auch auf dem Feld und da nicht im PC drin. Das ist wirklich schön. 24 auf St. Galler Seite. Stimmt, stimmt. Nicht zu viel, ich weiß es auch. Es ist einfach eins. Es ist schon alles. Nein, es stimmt schon. Die Zitat passen. Das ist nicht so. Ja, das ist ja. Ah, das ist nicht so. Ah, das ist nicht so. Ah, das ist nicht so. Ah, ja. Ja, das sind die Füren. Ja, so haben wir heute hier. Ja, die Nacht. Ja, ich bin ja voll. Ja, weisst du, da muss ich nicht... ...fest im Griff. Ja. Also dem Trainer kannst du sagen, das erste Goal habe ich nicht drauf. Das zweite schon. Au. Also er hat in dem Fall Söss auch noch eine Kopie, hat er da gesagt. Genau, ja voll. Er hat in dem Fall eine Kopie für euch. Hast du noch einen? Abpfeifen, ja mach das. Ja, jetzt haben wir schon einen. Was ist denn das für einer? Der ist scheinbar von Zürich. Wie? 200 Zuschauer, Stadionrekord. Wie sagst du? Wie sagst du? 10 Zürich, nein. Nein, der ist komponiert. Pfiff ab, Mann. Pfiff Händchen ab, nochmal. Ich möchte einen Brühlmatsch, Mann. Pfiff ab! Ich weiss nicht, wer der Mann macht. Jetzt sind wir schon 2 Minuten. Wie hast du den Bein? Pfiff, Entli, Mann. Jetzt machen wir noch mal. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 Topf! Wer hat das Goal gemacht? Nummer... Keine Ahnung, ich seh's den auf dem Video. Sie dort? Das 3! Danke! Danke vielmal! 93. Spielminutes 3 zu 0 für den FC Zürich durch Barbara Beutler. Nummer 3. Eigentlich hätt's schon lange sollen abpfiffen worden sein. 3 zu 0 für den FC Zürich. Sagt einfach keinen Müll, es ist alles auf Video. Sagt keinen Müll da. Jetzt! Der FC St. Gallen verliert sein erstes Meisterschafts-Heimspiel mit 3 zu 0 gegen den FC Zürich. Trotzdem allen einen schönen Abend und hopp St. Gallen! Hopp! Scheiss Zürich!